Wir brauchen nicht jammern, vor allem nicht jammern. Wir sollen froh sein, dass wir in einem Land leben oder in einer Stadt leben, wo es unterschiedlich schön ist. Im Winter ist es auch kalt und im Sommer manchmal ist es auch warm. Also keine Tipps, einfach voll trinken. Gute Laune, gut drauf sein, das Leben ist eine Freude, auch wenn es heiß ist. Also mich persönlich würde das gar nicht stören, obwohl ich jetzt keine Spanner bin und keine Lur. Aber das muss auch jede Frau selber entscheiden. Natürlich sind die Lur aufdringlich, mit ihren Blicke. Also die Frau muss sich selber entscheiden, ob es oben ohne da liegt oder nicht. Weil es ja abbedinglich meistens ist. Jammern, jammern über die Wiesenpreise finde ich völlig unangebracht. Weil wenn du heute in der Stadt trinkt, irgendwo ein halbes Bier trinkst und das dann hochrechnest, dann kostet die Masse irgendwo. Ich sage jetzt keine Namen, weil das wäre ein bisschen unangenehm. Für manche Wirte kostet die Masse auch 10, 12, 13 Euro. Und es ist keine Musik dabei, es ist keine Gaudi dabei. Die Leute sollen einfach sagen, auf der Wiese muss ich bereit sein, dass ich die Masse einen Zweifel zahle und eine Ruhe. In der Münner Obstpolli gehören auf alle Fälle rein. Weißwürst, ein halbes Augustinerbier, ein Brezen und das sind wunderbar zusammengerührt. Und oben drauf zwei Erdbeeren. Ja. 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 Ja.